Die Weile spielt. Ah ja. Das klingt irgendwie super. Guter. Guter Mensch. Das ist wirklich... Da ist die elitäre Stimmung mit Casual Verschmolzen. Machst du an? Hörst die? Oder... Ich hab schon. Alter... Ich sag mal ja. Hopp. Kommen jetzt die... ersten Debuffs. Ganz weit weg. Wurlock mein... Unspielbar. Ja, wo schnackst du die ganze Zeit? Ruhe jetzt. Du tust, sie rennt doch nicht die ganze Zeit, du bist rum. Nein. Nein. Wie könnt ihr die wegziehen? Ich hab Angst. Man hat halt den Trost, dass Warlocks halt sonst ein recht trauriges Leben haben. Ja. Ich hab auch noch meinen Salzstreuer und die legliche Beleidigungen von euch einmal in die Woche. Ach komm. D&D. Beste Leben eigentlich. Er kann uns rauswixen. Nein, er ist rein. Ist heftig, was du schnackst. Schau seine Energie an. Immer diese Lügen von den Guten, Mann. Das ist unfassbar. Was wolltest du von mir? Oh mein Gott, ich hab den übelsten Padgedanken gehabt. Oh mein Gott, ich hab den übelsten Padgedanken gehabt. Weg, Schatz. Na ja, denk. Oh, wer will da mit dem starten? Ja dann. Ich hab den komplett los. Schaut mal nach unten. Team 2. Bisschen spät gewesen, vielleicht geht das. Irgendwie ist die Animation, dass es mal rauskommt zu lassen. Mach Achtung. Oh mein Gott, die sind zieht so los. Oh mein Gott, da stehst du schon alles raus. Was ist da passiert? Achso, das Geld mit Maxa fehlt. Ich bin nicht so rausgebrochen. Ne, das Geld nicht mit Maxa fehlt. Ne, da ist irgendwas komplett reingesagt. Ja, okay, passt. Yo, Cleary, danke für den Restart. Ne, da ist irgendwas komplett reingesagt. Wir nähern uns der 18, ist das so? Garantiert der Relic. Wir können uns immer noch rausholen. Ja, wir sind dabei. Wir sind dabei. Ich hoffe natürlich, dass du mir noch lange halten bleibst hier. Als mein Holster und erster Sub. Ja, mach mal. Wie lange essen die noch? Noch 10 Sekunden. Okay, dann hol sie bei 5 ran und dann kriegen wir die. Ja, hol sie ran. Warte noch mit dem Schild noch kurz. Last second. Mach's arm jetzt. Ich muss die Barrier noch finischen. Oh, jawoll. Hero an und rein wichsen. Oh, jawoll. Ah, die Nameplates für die Ad sind da. Scheiße, sonst waren die immer weg. Ich hab Angst. 2 FPS oder so. 2 FPS oder so. Abo, okay. Die Abo war gar nicht erst da. Der Boss, was? Guck den Boss auf den. Wir sind gleich der letzten Phase. What the fuck ist das? Und jetzt kommt der Knall noch weiter und fix es. Das sind halt 4-A-Fickse. Das ist so bad. Hier hab ich jetzt noch mal richtig. Jawoll, schwerer Boss, Alter. Das war schon so viel ganze Phase, den es gibt, ey. Wir haben den nur eingetreit. Fickt einfach den Boss. Fickt einfach den Boss. Ja, wir klären einfach ganz. Ich möchte mit dir zusammen stehen bleiben. Zum Abschluss. Ja, wir können einfach klären, BMP. Wenn du was willst. Raub. Mach mal, Gimbi. Okay. Witzel, die könnte doch nicht so viel... Ich bin klein. Das ist mal Meter. Ich bin klein. Fucking Warlock ist immer so groß. Slammer ist schlecht, okay. Oh, wir hätten mir die geklaut. Guck mir, ich sag dir dieses blaue Define. Ich seh keine Schuhe, die ich hab. Das ist so groß sein. Was ist das überhaupt? Genau, Theo. Fuck you. Der Marder. Warum gibt's denn den Ring nicht? Oh, Baby West. Ich bin klein.